Motor genau mit den Nautilus Motor solltet ihr in der Lage sein durch die Winde zu fliegen die Peninsular die aus dem Peninsular Blasen keine Ahnung was ein Peninsular ist kriegert das Lichts geht auf den Container von Dalek ja schön also auch der Bullying Now go to the lower right building go to top right of the room between the stature and the table face the top wall and plus a for open the passage ist hier falsch oder was hat der ist falsch homo sagt etwas ach so hier wahrscheinlich wir sind die engineers ach verdammt ich soll ich das Wort vergessen Mechaniker genau die sind Salonions Mechaniker Bitte benutzt das Luftschiff Nautilus das wir erforscht haben in den antiken Ruinen hier wir werden es wir bringen es wo sind alle hin ein bisschen dumm im Kopf zu sein ob du sie durfte einsetzen mit euch seid ihr so immer wir haben den Nautilus außerhalb des Schlosses gelassen nun könnt ihr den Winden von Dalek widerstehen ッ organisation curves ja Luftschiff Nautilus bekommen Ich verm- lalalalalala okay der hat etwas vertauscht gekauft go to up to the front of the room Speaker 1 in the table Options Secret Passage ja okay forward and goes down the stairs here go left left up right down and left yeah so thank you percent left go down again as you can only from here but you can't reach him open the two chests to get down to Phoenix down ah da ist Odin okay ihr könnt nicht hier durch auch wenn ich gehört habe dass hier in der wagenheit der fahrt zu den katekonten geführt hat phoenix down naja gut open the two chests to get to the next house no lift the castle to love your party go to the top left house in south west london ja du bist auf exploration okay na gut aber ich würde erst einmal meine leute hier wieder um modeln mit denen nämlich nicht mehr diese komischen tragoon sind das andere zeichnet man mal in den schokobo rein ja an denen sein markenspeicher auch ein bisschen befremd ist eigentlich aber egal was soll's na gut so shop du wirst wieder ein katekonten geführt hat du wirst ebenfalls wieder in katekonten geführt hat du wirst wieder ein weiß magier weiß und du wirst ebenfalls wieder meistens magier magic habt jetzt wieder zugefolge magie genau okay sehr gut sie dann ebenfalls schön 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 so und dann mal eben raus hier und mal eben so gehen wir erst mal hin und werden erst einmal wo war das jeweils so glaube ich genau da blablabla so 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 gehen wir erst mal eben so gehen das 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 tag freezing shining mit real dazu und nicht schön nicht ähm äh schadar ähm so lange konnte es nicht so equipment warte bekommst du wieder abends bekommst du wieder dein power stärker ab so hat die power dienst muss ich auch mal für ihn kaufen hier so hat solar valley das kohler und nun und du kannst wieder deine beiden waffen auf jeden fall ist er stärker 68 dann rüstet aus die beiden messer mit real body dann hat mir irgendwas als sie verkaufen das brauche nämlich nicht in frühsingen immer einen davon verkaufen glaube ich oder habe immer einen davon verkaufen okay so okay mal ich glaube das kann erleben und gehen wir aus dem weg dann bis sie hier gibt es mehr laden ok geht weg so ok nochmal eben das alles hier verkaufen mein gott so gut dann bei den fall hast du schon bei scola scola hat die schon okay jetzt hat die neue oben und gegen geld hat man sowieso von daher auf jeden fall ist das schon mehr verteidigung glaube ich 39 31 38 geht so die anderen kaufen wir mal eben scola und dann hat er nichts hier so so okay ich muss nur gucken wir mich dann schon als wir kommen noch mal in der stadt waren ja auch irgendwelche werden oder so die fliegerweise gerne dass wir ein bisschen schnell läuft leute irgendwie ein bisschen zu langartig mir geht das glas stelle ein bisschen auf den herv an den schaden zu einem laden zu geben